So Leute, jetzt willkommen zu Road to Commander Episode 6. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, was irgendwie letztes Match war oder so. Ist nämlich heute wieder ein neuer Tag und fangen einfach mal neu an. Mal wieder snipen. Ich hab irgendwie Lust drauf. Der Heuschnupf, ne? So. Bitte kein Unsicher. Warum muss das denn sein? Boah, ist der cool. Er ist jetzt wieder sichtbar. Oh, jetzt sind die paar ähnliche. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt überhaupt Gottmode? Wenn er jetzt sichtbar ist, weil ohne Kopf ist er auch nicht rumgerannt. Oh, ist man lahm. Warum spawnen die da oben? Das ruckelt einfach wieder so brutal. Oh Gott. Der kämpft ja richtig krass. Das war gar nicht der. Okay. Sind die arme. Oh. Diese Legs. Diese Legs. Nee, hier bleib ich nicht drin. Das ist mir hier viel zu... Ich mein, ich renne ja schon langsam, aber dann auch noch Slow-Mo oder so. Brauch ich nicht. Jetzt komm ich wieder in die Lobby. Jetzt... Gut, suchen wir einen anderen Modus. Ich mag auch Kill Confirmed irgendwie nicht. Naja, jetzt hab ich auch noch die Unsichtbaren gegen mich, oder wie? Na, Duell hab ich leider nicht runtergeladen. Hätte ich an sich auch Bock drauf. Äh... Nur 24 Leute spielen SIS. Oh mein Gott, ist das am Arsch. Keine Spiele gefunden. Traurig. Money in the Denk, ey. Keine Lobbys mehr? Doch. Äh... Aber so geil fand ich den Modus auch nicht. Also kann ich irgendwie nachvollziehen. Vielleicht finden wir hier was. So viele Leute spielen infiziert. Das ist unglaublich. 400. Komm, ein bisschen Drop Zone auf Dome, ey. Ach, der PC-Bench schon wieder. Meine Güte. Ist ja dauerhaft unterwegs. Drop Zone, Ground War. Ja, wenn ich echt Reload canceln könnte. Okay. Gegner-Team besteht schonmal nur aus Snipern. Wahrscheinlich. Ja. Trunks. Alles die Gleiche, ey. Jetzt spielen wir mal immerhin schonmal 5 gegen 6 oder 6 gegen 5. Los, tun wir es. Mal sehen, ob das echt der Sniper-Lobby ist. Ja, bisher schon. Geil. Da hab ich irgendwie Bock drauf. Auch wenn ich keinen Taktik-Einstieg hab und das dadurch ein bisschen suckt. Ich kann nicht mal irgendwie groß ausweichen. Weil ich einfach unglaublich langsam bin. Ah. Ah, fuck. Der chillt da hinten ab. Wieso kommt denn dann diese Spawns, ey? Keine Chance gegen die. Die sind so gut, ey. Und ich bin noch nicht eingespielt. Na, dann noch jemand neugestupft, ey. Ich bin hier nur gehandicapt. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die Aufnahme gestartet habe. Ah. Ah. Oh, fuck. Überall sind sie. Überall. Einfach mal random Wurfmesser hier. Hey, der hat doch mal treffen können. Ich hab keine Chance. Keine Chance. Ach, ihr Vollidioten. Blob mich doch nicht. Oh, ich bin so lahm. Hä? Ach, der hat den schon kaputt gemacht. Ja. Hier ist doch wer. Ja, dann neift er mich. Spast. Nicht weit genug gedreht. Boah, Junge. Im Sprung, oder wie? Boah, Junge. Im Sprung, oder wie? Pfff. Lacker, ey. Ey, ist da jetzt ernst? Hat der da nen Taktik-Einstieg? Ja, jetzt, jetzt. Wie arm bist du denn, alter? Ja, jetzt. Warum exp- Warum kommen jetzt hier auf einmal alle an mit C4? Das ist deren Problem? Fuck. Und dann kam der, was? Das ist der mit dem Taktik-Einstieg. 13 zu 19. Egal. Nur so wird man besser, ey. Äh, äh. Fuck. Äh, den einen hätte ich einfach ein zweites Mal quickscopen müssen. Kann ja keiner ahnen, dass die No-Scopes so unglaublich scheiße sind und erst so spät treffen. Ja. Oh Mann, meine Nase. Ich dreh durch. Würde mir die am liebsten abhacken. Wer aus der Spawn EU wisst. Kann ich mal echt so assi sein. Entschuldig. Ey, Junge, du Bastard. Ah, der ist schon unten. Ah, Stipe, hallo. Wie, die haben ja, haben auch das Dinger direkt dabei. Ah, meine Nase. Oh. Scheiße, ey. Was sind das für Hitboxen? Halleluja. 40 Kills mit Extended Max. Uh, der kann mal ein bisschen schnell. Ja, kannst du überhaupt was, teammate? Du spielst schon in der MP5. Gegen einen hohen Sniper, ey. Ich kann einfach nicht mit denen mithalten, weil ich so schnell, äh, so fucking langsam bin. Ja, schnell wär schön, ey. Ey, das ist so unfair. Ich hab null Plan, von wo die kommen. Die kommen von allen Seiten immer. Guck mal. Ein verbündeter Taktik-Einstieg kriegt neben einem Gegnerischen. Wo sind wir denn, ey? Richtig low. Ah, Flash kann's auch ein bisschen früher hochgehen, wa? Panzer. So nicht, äh? Ja, jetzt, okay, ist da einer gequittet? Oder warum ist da im Gegnerteam auf einmal ein Rack-Gun-Spieler? Ach, ach, ich komm nicht klar. Wo die überall sind, ey. Guck mal. 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 T-Mate. Guck mal. Ach. Mein Team kann aber auch gar nichts, ne? Ich dachte hier, ich- 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 das ist natürlich- wenn die Teams so unausgeglichen sind, kannst du nichts machen. Oh, ich bin so lahm. Ohne will, das macht einen so irre. Ich weiß schon, warum ich immer nur MSR mit Tempo gespielt habe und nichts anderes. Jetzt mich gerade verarschen. Ja, jetzt kommt er mit seiner Arze eher in die Dropzone. Junge, warum bin ich so schlecht? Ich war gestern so gut. Junge, die Präzision war göttlich. Und jetzt so ein Bullshit, ey. Ja, er gibt mir einfach noch. Nee. Den Triple-Feed hatte ich da ja schon. Junge, was ist das für Menschen? Das sind Maschinen, wie die hier zielen. Ich kann keinen Schüssen ausweichen, weil ich so lahm bin. Ja, cool. Boah, dann hat er da noch einen Taktikeinstieg überall, ey. Jetzt mal hoch. Letzt ein paar Sekunden, ey. Ich hasse dieses Spiel. Unglaublich. Wir wurden besiegt. Das darf nicht nochmal passieren. Oh. Oh. Na gut, ich weiß nicht, ist das so geil? Knappenstufe 19. Na, Konzentration. Aber probieren wir mal Thermal aus. Auch noch nicht gespielt. Ah ne, komm, jetzt Bodenangriff. Ja, hier zum Einschlafen. Echt, ich will eigentlich ein bisschen eine Terminal-Only-Playlist geben. Äh, Terminal-Only. Wie, ich weiß gar nicht, gab's das, als es rauskam? Ah. Dann führt er echt zusammen. Ich muss mich gleich echt mal muten. Oder machen wir eine kürzere Episode. Aber mit meiner Nase, das geht ja mal gar nicht, ey. Scheiß-Allergie. Ah, hat er gerade auch erst angefangen? Nee, oder? Boah, ist das ja ekelhaft, die Verbindung. Oh Gott, Thermal in MW... Oh Gott, Thermal in MW3 ist ja ein richtiges Eigentor. Wenn die da alles hessischen spielen, ne? Nie wirklich gespielt. Aber das ist ja hier richtig der Delay. Boah, Triple Headshot. Ja, wenn beide Schüsse waren... Junge, ich spiel doch nicht auf so einer Verbindung. Ich leb doch hier nicht irgendwie in Japan. Und ich spiel doch nicht mit. Herr mal. Mann, das soll nicht hängen. Hallo? Es ist ja hier... Boah, wie das hängt, das Spiel? Krass. Ja. Oh, dann stellen wir da noch aus Migration. Ah, ich mute mich kurz. Einen Moment. Oh, wieder an. Ah, jetzt spiel wir nochmal Ska. Und mit TDM jetzt den Start vielleicht. Boah, Junge, dieses Blocken. Ich kapier's nicht. Man könnte die... Ich drehe durch. Man könnte die Team-Mates auch eigentlich einfach unsichtbar machen. Also was heißt unsichtbar, sondern so durchsichtig, dass man da auch durch die durchlaufen kann. Oh, Junge, ist das dein... Das ist dein Ernst. Noch so einer, der sich... für einen ganz harten Held, ey. Hä? Okay, gleich reicht's. Okay, es reicht. Wie spielen die denn? Was ist denn hier los? Nigger. Boah, kommen wir mit einer Claymore an? Oder was? Junge, was ist das hier für ne Verarsche? Da wär so der sichere Multi drin gewesen. Aber ich geb einfach nur hin, Marker. Okay. Ja, wahrscheinlich drei Hitmarker auf einen Gegner. Und noch einen. Dieses Spiel, ey. Ist völlig am Arsch, ey. Oh, die sind alle... Die sind hier alle... Oh, ich dachte schon, der hätte auch noch... Pfeile hier... Explodierende Scheiße, ey. Das ist alles. Er... Fuck you, eh. Dann würde der 1 kommen. Dann snipe ich lieber. Obwohl, auf der Karte könnte ich nochmal Specialist spielen. Aber ist ja wieder ein cooler mit einem gankten Clan, der, ey. Ah, ich brauche 24, oder? Gibt es irgendwas anderes noch cooles frei? Nö. Ja, höchstens Kamos. Super. Ah, warte mal, ich habe doch P90 jetzt bestimmt frei, oder? Ja, P90. Ne, Assassin, Schnellziehen, Stalker. Ah, und natürlich eine andere Sekundärwaffe. Und Simdex. Ich weiß gar nicht, wann gibt es C4? Welchen Rang? 69. Noch später. Hilfe. Und wie viel? Ich glaube 26 war das. Mit der erweiterten Magazin. Ah, wir probieren erst mal P90. Muss ja auch mal gelevelt werden. Ich glaube, wir gehen mal echt durch C. Ich habe es ja so ein... Früher haben da ja auch Leute so Startspots gemacht mit Sniper, aber, ich glaube, mittlerweile. Blindfische. Oh, Triple Kill. Scheiße, was geht denn da ab, Mann? Äh... Nur wie der durchdreht. Einfach da so durchrennen. Nicht rennen. Nein. Ach, scheiße, ohne Schnellziehen. Völlig am Arsch. Nur Assists. Da habe ich keinen Hardliner auf Pro. Das ist natürlich eher schlecht. Ich muss doch das da begegnen, das ist, äh... Ich muss doch das da begegnen, das ist. Scheiße, das war ein Gegner, ey. Da war mal wieder der Teammate-Name drüber. Wenn sie null Kilometer, finde ich auch immer geil, null. Junge, wo chillen die alle ab, ey? Ein Triple Cap ist natürlich auch nicht so geil. Wir müssten doch eigentlich woanders spawnen, oder? Oh, lol. Das war einfach noch ein Triple Kill. Okay. Da war das doch so versetzt eigentlich. Ich dachte, es wäre vielleicht nur noch ein Points-Deck. Ja, ich sterbe wieder. Oh, net. Man hat es oben gesehen. Null Bloody Screen. Null. Das ist so schlecht. Jetzt habe ich meinen Bloody Screen gehabt. Ja, geil. Fliegt nicht da durch die Nade, oder wie. Ah, bei B wieder. Sieben Gegner. Okay. Okay. Scheiße. Kommt da der Nächste an. Boah, die Legs. Bist es. Oh. 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 Warum muss das so ruckeln? Oh mein Gott, das ist hier wieder kein Schwein. Wieso spielen die alle Assassin? Die Spawns sind irgendwie ein bisschen sehr komisch. Aber meine teammates, die chillen halt auch immer im Spawn ab. Also an der einzigen Flagge, die die immer haben. Oh Junge, dieser Lag. Ich renne hier nur links, rechts, links, rechts. Keine konstanten Spawn. Kriegen wir nicht hin. Munition mangelt es hier bei der P90, trotz mangelnden Plünderers nicht. Aber das hätte mich auch gewundert. Oh fuck, da kam da noch einer. Rang 40 immerhin noch. Mal sehen, was wir für die P90 so freigeschaltet haben. Plünderer und P90 mit Schalldämpfer. Wunderbar. Ja, das Ding aber auch immer nicht. Ah, und Hardliner Pro. Packen wir uns hier erstmal Plünderer rein. Die Fingerwertigkeit. So. Hier. Ja, machen wir mal genauso. Die haben wir ja schon angepasst. Die müssen wir nicht verändern. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann, haut rein. fallίν. Untertitelung des ZDF, 2020